Ja, hallo und herzlich willkommen zu diesem Video. Mein Name ist Flo Forella und in diesem Video, da zeige ich dir, wie viel Dividende mein 299.000 Euro Aktiendepot mir jedes Jahr zahlt und welche Kriterien ich besonders wichtig finde bei Aktien. Und natürlich werden wir die Dividende natürlich auch in Dividendendönern wieder ausrechnen, das heißt, wie viel Döner kann ich mir für die Dividende im Jahr leisten. Das ist immer ganz, ganz wichtig natürlich und das Ganze wie immer natürlich keine Anlageberatung, sondern nur meine persönliche Meinung und schreib auch du gerne in die Kommentare, wie viel Dividende du im Jahr durchschnittlich so erhältst. Ja, wann habe ich mit dem Dividendendepot begonnen? Ich habe ja ein normales Wachstumsdepot, habe aber eben dieses Dividendendepot neu gestartet am 02.02.2022. Wie ein schöner Hochzeitstag, kann man sich schön merken, da habe ich das in mein Leben gelassen und neu begonnen. Also noch gar nicht so alt und mein Ziel ist es damit, wenn ich irgendwo mal 40, 45 bin, tatsächlich auch davon ein passives Einkommen zu erhalten und quasi auch Dividenden auszuzahlen. Bis dahin, also kleiner Hinweis, ich bin heute 30, werde ich auf jeden Fall die Dividenden alle reinvestieren und auch weiterhin investieren in das Depot und neue Aktien kaufen. Mein Ziel war es 2022 250.000 Euro zu investieren. Das habe ich erreicht, denn die Dividende reicht noch nicht und auch die Rendite mit dem Kurswachstum, dass ich diese 300.000 Euro nur durch Rendite erhalten hätte, sondern nein, da habe ich tatsächlich schon sehr, sehr viel eingezahlt. So, die Aufteilung. Natürlich, wir schauen uns auch die Performance nochmal im Detail an, aber jetzt erstmal kurz die Aufteilung. Wie habe ich das Dividendendepot aufgeteilt? 23 Einzelaktien, zwei ETFs. Insgesamt also vom Gesamtwert habe ich 77% des Depots in Einzelaktien mit 230.000 Euro, die ich dort drin habe und 23% des Depots mit 69.000 Euro Wert in zwei ETFs. Das heißt, du siehst hier schon, die Aufteilung ist ganz klar auf Seiten der Einzelaktien ausgerichtet, aber eben mit einer soliden Basis von einem Viertel knapp, der mit einem Dividenden ETF und einem anderen Weltdividenden ETF ausgestattet ist. Die einzelnen Positionen schauen wir uns auch nochmal gleich im Detail an. Hier siehst du mal eine kleine Übersicht. Wie gesagt, 25 Positionen, das finde ich eigentlich ausreichend, gerade auch mit dem Hinweis, dass man eben noch zwei ETFs mit drin hat, ist das von der Diversifizierung für mich ausreichend und ich werde hier auch vermutlich keine weiteren Positionen dazukaufen, sondern eben die bestehenden Positionen ausbauen. Und all diese Positionen sind wirklich sehr, sehr ausgewählte Titel und du kannst dir auch gerne dieses Video einmal abspeichern und auch gerne einen Daumen nach oben da lassen, damit du es wieder findest und eben auch mal meine Auswahlkriterien wiederfinden kannst und eben auch siehst, in welche Aktien ich investiert habe. Und jetzt schauen wir uns einfach mal kurz die Performance an von meinem Depot, direkt in der Depotübersicht und auch, warum ich die einzelnen Aktien so ausgesucht habe. Also, du siehst es, aktuell knapp 4% im Minus, 311.000 Euro habe ich dieses Jahr eingezahlt und aktueller Stand sind 299.000 Euro, das heißt 12.000 Euro in den Miesen oder knapp 13.000, was aber für die aktuelle Situation ist, dafür, dass ich im Februar angefangen habe, wo ja auch der Krieg in der Ukraine und so weiter kam, wirklich sehr, sehr gut ist, wie ich finde. Also, minus 4% ist für mich absolut in Ordnung in der aktuellen Situation und ja, von den Aktien an sich, du siehst jetzt hier mal ganz rechts in der Mitte den Welt-ETF, das ist der HSBC MSCI World, der zahlt knapp 1,2% glaube ich an Dividende im Jahr aus und ist eben ein Welt-ETF. Für mich ganz, ganz wichtig als solide Basis eben, ansonsten viele Dividendentitel, die auch immer wieder die Dividende steigern. Hier sehen wir jetzt noch an der zweiten Stelle, also zweite von links, den MSCI World iShares Global Water ETF, ein sehr, sehr spannendes Thema, weil Wasser eben immer wichtiger werden wird in der Zukunft meiner Meinung nach und dementsprechend, ja, für mich ein sehr, sehr wichtiger und auch sehr solider ETF ist. Ansonsten Aktien wie Nike, L'Oreal, Nintendo, Poolcrop, also sehr, sehr durchmischt auch. Mein Hauptfokus liegt auf amerikanischen Aktien, weil ich dort eben das größte Potenzial sehe und jetzt eben auch gerade mit dem Krieg in Europa, gerade Europa und auch Deutschland etwas sehr, sehr schwierig in den kommenden Jahren, was die Wirtschaftsleistung angehen wird. Ja, hier sehen wir rechts auf der Seite nochmal Silvaner Platinum, eigentlich die einzig spekulative Position, ein Bergbauunternehmen aus Südafrika. Der Rest eigentlich alles sehr, sehr solide und auch wirklich mit dem Fokus eben, ja, dass die Unternehmen sehr, sehr solide arbeiten, sehr, sehr solide wachsen, auch die Dividende immer wieder steigern, auch eine vernünftige Ausstellungsquote haben und gleichzeitig eben nicht nur eine Dividende zahlen, die gut ist, sondern eben auch gleichzeitig vom Kurswachstum her positiv sind, also jetzt kein absolutes Kursfiasko hinlegen, während die Dividende immer weiter gesteigert wird, sondern eben eigentlich das Beste aus allen Welten, steigendes Kurswachstum und steigende Dividende. Ja, das ist mal so die Übersicht von meinem Depot und jetzt schauen wir uns mal an, wie das generell ausschaut mit den Auszahlungen, wie sehen die einzelnen Monate aus und wie viel Dividende erhalte ich denn jetzt mit diesem knapp 300.000 Euro Dividendendepot. Also natürlich ist der Traum von jedem Dividendeninvestor, dass man jeden Monat Dividende erhält, das ist bei mir auch der Fall, aber natürlich gibt es bei mir auch hier, wie bei vielen anderen Dividendeninvestoren, natürlich Monate, wo es mal mehr Dividende gibt und Monate, wo es auch mal weniger Dividende gibt. Schön sind natürlich vor allem amerikanische Aktien, die quartalsweise auszahlen, wie zum Beispiel Starbucks, also alle quasi drei Monate bekommst du hier eine Dividende und es gibt aber natürlich auch andere Aktien wie L'Oreal zum Beispiel, die zahlen nur einmal im Jahr oder ASML, die haben zwei Dividenden pro Jahr, also ganz, ganz unterschiedlich. Und auch die Dividenden-ETFs, die ich drin habe, sind auch unterschiedlich von den Auszahlungsdaten und von daher schaue ich halt auch so, dass ich so ein bisschen eine homogene Verteilung bekomme, dass ich eben von den Beträgen her zumindest jeden Monat dasselbe bekomme, was aber aktuell nicht der Fall ist. Du siehst das hier zum Beispiel, der August ist relativ leer, dafür ist zum Beispiel der April, der Mai oder auch vor allem der Dezember sehr, sehr vollgepackt, stört mich aber nicht weiter, also ich versuche trotzdem natürlich die Position so auszubauen, dass ich hier jeden Monat ungefähr auf denselben Betrag komme, aber letztendlich stört es mich auch nicht, wenn ich auf den Gesamtbetrag im Jahr einfach stolz sein kann und davon eben auch, ja, mein Leben finanzieren kann. Aktuell geht das mit dem Finanzieren noch nicht, denn ich bekomme aktuell pro Jahr 7.165,01 Euro für 2022, was ungefähr 2,4% Dividendenrendite entspricht, was gut ist für meine Dividendenaktien, weil die eher in der Regel weniger Dividende haben. Ja, und was kann ich mit diesen 7.165 Euro machen? Aktuell wären das bei 6 Euro Dönerpreis, ich weiß nicht, wie es bei euch ausschaut, in München sind es 1.194 Döner im Jahr oder eben ein Familienurlaub auf den Malediven wäre auch drin, was schon mal schön ist, aber wie gesagt, ich reinvestiere aktuell. Ja, war es da schon? Nein, das war es noch nicht, denn ich habe noch eine ganz, ganz wichtige Botschaft für dich und möchte auch so einen kleinen Ausblick geben und natürlich auch sagen, was bei mir wichtig ist für Dividendenaktien, warum ich die eben genau jetzt ausgewählt habe. Also die Dividendensteigerung ist sehr, sehr wichtig, für mich nicht die Dividendenhöhe, denn das gibt es ganz, ganz oft, dass eben viele sagen, warum kaufst du eine Dividendenaktie mit 1% Dividende, das lohnt sich doch gar nicht. Für mich ist nicht die Höhe der Dividenden entscheidend, sondern die Steigerung pro Jahr, weil es langfristig wirklich mit diesem Schneeball-Effekt, also der Zinseszins, sehr, sehr spannend ist und wirklich eine tolle Einkommenssteigerung ist. Ja, wenn wir schon bei einer Einkommenssteigerung sind, wenn wir jetzt mal rein konservativ da rangehen und ich habe wirklich viele Aktien, die steigern die Dividende um teilweise 20, 30%. Aber wir sagen jetzt einfach mal, nur 10% pro Jahr wird die Dividende gesteigert im Schnitt bei meinem Dividendendipot. Dann sind wir 2030 schon bei 15.358 Euro, ohne dass ich reinvestiere und ohne, dass ich hier irgendwie noch einen Cent investiere. Und das ist schon sehr, sehr stark, wenn man sich mal überlegt, eine Verdopplung knapp in acht Jahren ist schon sehr, sehr stark. Und mit diesen 15.358 Euro könnte ich, wie gesagt, ohne irgendwas zu tun jetzt, 2.559 euer Döner in München kaufen 2030 oder zweimal in den Familienurlaub auf die Malediven fliegen. Und das ist doch eine schöne Vorstellung. Deswegen denkt da langfristig und vor allem eben auch auf diese Dividendensteigerung müsst ihr Wert legen, denn das ist, wie gesagt, fast jedes Jahr dann eine Gehaltserhöhung, ohne nachzufragen. Und auch nochmal hier der spannende Hinweis oder der wichtige Hinweis, beispielsweise so Aktien wie Vodafone, die von der Dividende her mit 5,66% sehr, sehr schön klingen. Schaut euch da bitte einfach mal auch den Kursverlauf an. Was bringt euch 5,66% Dividende, wenn dafür die Rendite negativ ist, was den Kursverlauf angeht? Das heißt, ihr macht quasi plus minus null oder im schlechtesten Fall macht ihr sogar minus, weil der Kurs eben weiter abrutscht und das Unternehmen einfach nicht gut wirtschaftet. Von daher mein Hauptziel oder auch meine Hauptbitte an euch, seid geduldig, setzt Wert auf eben Dividendensteigerung und auf solides Kurswachstum und dann müsst ihr im Prinzip nur noch abwarten, wie euer Gehalt, ohne zu fragen, jedes Jahr gesteigert wird. Ja, wenn dir dieses Video gefallen hat, schreib auch gerne mal dein Feedback in die Kommentare, lass auch gerne deinen Daumen nach oben für dieses Video da und ansonsten freue ich mich, wenn wir immer weiter wachsen. Nicht nur die Dividenden sollen wachsen, sondern auch dieser Kanal. Unsere Community wächst und wächst und wächst. Wir sind über 86.000 Abonnenten mittlerweile. Großes Dankeschön dafür. Und ich freue mich, wenn wir auch beim nächsten Video wieder gemeinsam zusammen dieses Video schauen und ja, hoffentlich auch bei dir die Dividenden jedes Jahr weiter gesteigert werden und du davon irgendwann auch mal leben kannst. Bis dahin, mach's gut, alles Gute, dein Flo Farrell.